Mein Sinn, leider, der erste Kanzel. Let's play. Chok, nicht Zioquid. Chok, soll's heißen. Timer startet, danke. So, hier haben wir, glaube ich, jetzt alles gemacht, oder? Ja, das ist nicht so schlimm, denn ich hab da Draht. Ich... Danke, Holzrad. Let me guess. Ich brauch die Ratschprossen noch. Brauch ich noch die Klebrig, um das sie fest... Ja, hätte ich ja sein können, dass es nur festgemacht werden muss. Oh, fuck, fuck, fuck. Moment. Darf ich bitte den... Hier, warte. Ich würd gerne... Dann pack das doch wieder weg, kann ich jetzt trotzdem? Okay. Kann ich nicht einfach wegtreten? Kann ich auch nix mitmachen? Oh, kann ich vielleicht... Nein, das Seil mit dem Sandsack hier. Das hängt ja anscheinend irgendwie zusammen, ne? Ah, Junge. Ich will das da eigentlich loswerden. Als ob... Kann ich hier nochmal... Ah. Ist das eigentlich ein Instant Death, wenn ich da dran gedrehe? Ja, sieht so aus. Oh, ich kann das hier nicht kaputt machen. Nein. Ihn. Ihr könnt sich doch nicht richtig festhalten, der Spaten. Äh. Ja, was soll ich mit dem scheiß klebrigen Netz machen? Nein. Ich wollte ihn. Naja, ich wollte auch nicht das hier. Ich wollte... Fußmädchen. Kann man auch nicht irgendwie was machen. Ich hab keine Ahnung, was ich bei dem Knilch machen soll. Ich würd den ja einfach wegtreten, ne? Ich mein, ich hab ja einen zweiten Fuß, so ist das nicht? Und mit dem Sack weiß ich auch nicht, wie ich... Fährt dir ein Stück, oder? Ja. Ja. So. Äh. Kann ich nicht weglaufen? Gut. Dann drehen wir da einfach nochmal dran, ne? Äh. Jogdreh. Ja, warte, warte. Kann ich nicht hier schnell? Hier auf dem Boden? Ich kann noch nicht so schnell nachdenken. Ich bin noch dumm. Keine Ahnung, weil da irgendwie grad... Achso, zum Verstecken. Lol. Ernsthaft? Soll ich jetzt einfach rüber gehen? Hört er ja überhaupt nicht. Shit. Ja, okay, gut. Äh, hier. Brauche mal ne Zeit, aber es funktioniert. Ja, schnell dahinter. Äh, jetzt hat er mich wieder gesehen. Hier hab ich in passenden Moment mich hier wieder weggedreht. Ich bin ja mal wieder richtig geil drauf, ne? Hier hinter, hier hinter, hier hinter. Hinter. Entschuldigung. Hä? Warte mal, Alter. Äh? Sollst du dich wieder beeilen? Äh? 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 Das heißt, ich hab's besser, dass man dann auch nach links wiederguckt. Äh? 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 Ja, in La war doch kein, eiskalt. Ich wollte ihn wegpushen. Naja, gut. Ist wahrscheinlich besser so. Da ist ne Krah-Krah. Guten Tag, Krah-Krah. Bist du... Oh, nein. Du bist nicht nicht. Let me guess. Ich kann nur weiter, wenn der da abgelegt... Oh, ficken. Ist. Ist. Ja, wir warten jetzt. Na, haben wir damit jetzt mal gelernt? Schnell. Oh, das wird da vorne ja echt nett, ne? Ja, Kraftzahl, da ist grad keiner. Oh. Schnell. Da wird komische Laseraugen... Hat der Mund grad geblinzelt? Sind das Augen da oben? Krasser Scheiß. Ja, solltest du dir mal vielleicht Nightvision zulegen, Kollege, oder halt vielleicht Röntgenstrahl, damit du durchsteigend gucken kannst, weil so ist das ja echt mal jemelig hier. Jetzt guckt er wieder aus dem Fenster. Adleraugen, im wahrsten Sinne des Waldes. Jetzt warten wir wieder einen Moment. Flupp. Jetzt guckt er wieder. Ist keiner da? Flupp. Oh, jetzt kommen wir wieder zu den komischen Kubanen. Wie lange soll das jetzt hier noch gehen? Also, die Mauer muss mal richtig krass gepflegt werden, ne? So viele Löcher wieder sind. Just saying. Ich meine, ist ja nicht mein Königreich, aber... Also, vielleicht doch. Meine Mutter jetzt stirbt, dann... Sind wir ja hier. Prinzessin, ne? Äh, Königin. Ja, komm, schwingen die Flatterhufe. Auf, fuck. Wie mache ich denn das jetzt mit der Tonne, die da liegt? Das war jetzt blöd. Shit. Hat er mich erwischt? Schlechtes Timing. Okay, gut. Das war dumm von mir. Ich lasse mal eben alles Revue passieren. Er guckt weg. Und dann am besten auch den Gabelstapel-Kirchen-Typ. Okay. Schwung. Verstecken. Und hoffen, dass der andere nicht aufwacht. Das wäre echt ein bisschen blöd. Für uns. Will er nochmal vom Turm ausgucken? Ja, will er. Schreibt er in seinem Memoiren, oder was ist da jetzt Phase? Ich bin wahrscheinlich jetzt gerade viel zu vorsichtig, aber wenn ich halt dümpel, kommt schon mal vor, dass da irgendwie was Unangenehme passiert. Da wo eigentlich... Wer soll ich da hinlaufen? Ich glaube nicht, ne? Oh, ich habe jetzt mehrere Orte. Vielleicht finde ich hier ein paar Waffen. Trainingslager. Oh, fuck. War anscheinend keine kluge Idee. Ah, ja. Hier gibt's Waffen. Was habe ich hier? Können wir umwerfen? Da wäre ich ja schon ganz gerne hin. Das ist eine Rüstung. Ja, schieß doch, Junge. Okay, sieht nicht so aus, als würde sie sich irgendwie bewegen. Kann ich auch wieder zurück? Muss ich irgendwie... warten? Sie will nichts machen. Die kann ich ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie umdrehen, oder? Muss da dicke Gewinn, oder was? Wollt ihr mal schießen, Jungs? Dicke? Das kann weiter mehr. Ja? Doch. Was denn dein Problem? Muss ich die vielleicht so sabotieren, dass der andere gar nicht... Oh! Oh, bitte trifft das Ding. Ah, shit. Blick an. Also, entweder schießt er jetzt wieder so behindert, dass er den trifft. Da muss ich mir nur merken... Bitte. Ja. Sehr gut. Oh, da soll ich dafür sorgen, dass du den hier wieder vermeierst. Boah, komm, jetzt versemmel das nicht, Kartoffel. Kartoffelboi, komm. Jawohl. Errungenschaft freigeschaltet. Hilfendes Händchen. Wie süß, dass ich freu... Ja. Geil, jetzt ist unsere Chance. Ups. Boah, bist du mutig, mein Mäuschen? Oh, mal umgucken. Boah, kann ich die Streitachse mitnehmen? Ist halt überhaupt... Warte mal, da war doch ein Händchen. Warte mal, kann ich die Leiter mitnehmen? Wacht der Typ dann auf? Da ist ein Händchen, ne? Ich jetzt ganz gerne. Wird der mir überhaupt passen? Los, Chalk. Nimm das mal mit. Oh, Kleine, pass auf. Shit. Hoppla. Lol. Ja. Kann ich jetzt hier lang tanzen? Nee, ne? Kann ich ja wieder runter? Ja, den wirst du jetzt nicht abkriegen, also nicht so... Oh, fuck. Shit. Ähm. Kann ich hier drunter? Naja, jetzt muss ich mit irgendeinem... Naja, mit den Handschuhen macht ja keinen Sinn. Goldene Handschuhe, ja, das tut ja nicht. Wurde ich gerade so sagen. Klebriges Spinnnetz? Ja, da haben wir ein Problem, weil wir da nicht runterkommen, Prinzesschen. Was sehr schlecht ist. Weil du auch nicht hier in den Zinnen lang weiterlaufen möchtest. Vielleicht muss ich während des Falles etwas tun. Oder auch nicht. Oh, weh, mich fehlt was. Ach da, Blasewolken. Oh, oh. Das Ding wird heißer als heiß. Ich würde mich da erst mal verpieseln. Oh. Das ist eine Chainmail. Will ich haben. Der penta ja, ne? Ich krieg die nicht rein. Mein fucking Ernst. Krieg ich die? Krieg ich überhaupt was? Muss ich in der Rüstung zusammenstellen? Kann ich nicht mehr Gegenstände tragen? Muss ich das... Das muss ich wahrscheinlich nachstellen. Die goldenen Handschuhe. Der Helm. Oh shit. Das war nicht gut. Ja, offensichtlich war das nicht gut, Siff. Oh, oh. Plotsch. Ja, kann ich hier nochmal das Areal verlassen? Oh, oh. Flup, flup, flup. Ja, Silenzium. Tja, das ist unsere Mutter rechts. Oh fuck. Ne gute Fee? Willst du mich verarschen? Hallo? Lol. Du willst jetzt ne Umarmung? Das ist doch ne Falle. Ich will den Kuchen. Das ist ne fucking Falle. Oh Gott, fuck. War klar. Schocklauf. Oh, fuck dich doch. Was ist das denn? Weiß nicht. Ich will jetzt das mal ausprobieren vielleicht. Kann ich einfach gehen? Oder das irgendwie anderweitig? Verarschen. Das möchte Genfee enthalten. Als ob in so einer Situation einfach eine Fee kommt und sie dir sagt Oh shit. Also auch wenn ich fliehe, wird das nicht funktionieren. Wird mich dann... Okay. Kann ich da eine klatschen mit dem goldenen Handschuh? Nein. Ich glaub, es hat mich vorher irgendwie wappnen. Wir haben hier Sachen. Oh shit. Kann ich mir wehtun? Kann ich mir das... Federarschhut nehmen? Ja. Kann ich mir das Salz und Pfeffer noch nehmen? Ich bin zu klein. Ah, hier kommen wieder die 1,60 Meter Probleme, Leute. Oh shit. Oh shit. Stiefel. Ah, da komm ich nicht drüber. Kann ich dem einfach ein bisschen... Pfeffer an die Nase streuen? Kann ich ihn mit der Feder ein bisschen kitzeln? Kitzel ihn. Die Füße. Sehr schön. Gib mir die fucking Tasse, du Spacko. Und die Stiefel. Schläft er dahinter? Mäuse, Babys. Oh, das... Ich darf da bestimmt jetzt nicht dran ziehen, sonst wird der Typ wach. Möhrchen. Nein. Seid ihr böse, Mäuse? Oh, ich werde bestimmt gefangen, aber ich will es jetzt einfach tun. Nein. Oh Gott, da bin ich mir so verschrocken. Timer, Schnauze. Okay, gut. Dann müssen wir hier definitiv noch was machen. Äh, wir müssen überall, glaube ich, noch irgendwie was machen. Kann ich mir den Handschuhen, die die Möhre nehmen? Nein, okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche mir Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020